Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu V.O.B. mit dem Grossfander, hallo. Hallo. Ich spiele nach zwei Jahren endlich mal wieder V.O.B., weil jetzt momentan das gelöst wurde mit der Anmeldung und dem Passwort. Und ja, wir haben gedacht, wir gehen mal fischen. Deshalb gehen wir zum Alu Manussee. Also ich weiß jetzt noch nicht. Die brauche ich ja wieder. Und dann kannst du das Geld haben. Und dann können wir Autoprüfung machen. Ich habe jetzt momentan noch 18.000. Du musst unten durchgehen. Bist falsch. Dann geh doch oben durch. Also wir machen sozusagen, also das ist ein Real-Life-Server und kein Rollenspiel-Server, aber wir machen Rollenspiel. Also das heißt, wir werden eure Sachen, Vorschläge oder so leider nicht annehmen können, weil wir eine eigene Person sind online. Aber wir können zum Beispiel... Nichts ist gescriptet, ne? Ja, es ist nichts gescriptet. Und vor allem, wir hören nicht auf euch, wenn ihr irgendwie sagt, ja, macht das am besten nicht oder so. Weil das ist eben alles getrennt von euch. Ihr seid sozusagen halt einfach nur die Leute, die ihr, ähm, ja, uns zuschauen in einem Vlog oder so. Also wir sind einfach getrennt von euch. Das ist das Schlimmste. Aber sonst, alles geht. Vorschläge dürft ihr geben, aber wir nehmen sie nicht zu 100% an. Also wenn es nicht zum Charakter passt, dann nehmen wir zum Beispiel die Sache nicht an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Banküberfall machen sollen, dann können wir das nicht unbedingt immer annehmen. Also das ist halt schon ein bisschen illegal. Müssen wir tanken. Und ich freue mich wieder, aber ich habe eben keine Autoprüfung, kein Kontakt, also ich kann nicht reden. Und, ähm, da muss ich zuerst freigeschalten werden im T3, dann kann ich reden mit einer anderen Person. Deshalb jetzt erstmal bei mir noch ein Video. Bei ihm ist gut, Livestream schon, er kann schon reden, aber bei mir noch nicht. Guten Tag, hallo. Dankeschön. Roboter-Stimme, Ghostwander. Guten Tag, hallo. Hallo? Eins und eins. Ich höre doppelt. Eins und eins gibt zwei. Ich höre zwei Ghostwander. Ah, hör jetzt wieder auf. Das nervt die Zuschauer. Ja, du bist ja sowieso einer, der nicht so viel redet. Deshalb, einfach mal die Fresse halten, wenn du zwei marschst. Ich habe einen Konflikt mit einer Spieler hier. Da war ich auf dem Weg zum, zu einer Amtsflottage. Bin jetzt zurückgefahren. Wollte kurz den Laden ausrauben. Hat aber, hat aber nicht funktioniert, weil der Spiel gerade einen Bug hatte. Und dann habe ich es gelassen, habe auch keinen Stern dafür bekommen. Alles gut. Aber er war so ein Kack-Spieler, ja. Mit seinem Kack-Aseer. Und dann, weißt du, dann fährt er in mich rein. Und dann sagt er, weißt du, weil er hat drei Kollegen mit. Ja. Die war nicht angeschnallt. Und sie hat eigentlich gestorben, ne? Du bist ein Massenmörder. Ne, wieso? Der hat mich gerammt. Ja, ich weiss. Und dann ist er gestorben, so, ja. Ja. Das war Sarkasmos, übrigens. Aber der eine hatte überlebt, ne? Einer. Und er hatte dich angepisst. Habe ich gesagt, ja, spinnst du oder so, aber dann rammst du mir weg, ne? Ja. Und er so, ja, was willst du denn jetzt hier? Pech. Sag einfach Pech. Das ist ein schönes Wort für die Arschlöcher. Ja, ist halt echt so, Alter. Aber fährt er mir da auch in mich rein. Einfach nur Pech sagen. Du musst dich gar nicht mit denen anlegen. Das klappt sowieso nie. Ich bin so flach, weißt du. Vor allen Dingen auch, ich hätte die eh aber easy wegknallen können von daher. Ja, nimm einfach die Waffe raus und sag Pech. Dann hauen sie ab. Einfach nur das machen. Mal gucken, ob sich da was los ist. Wenn da ein Bulle steht, kann man nicht hin. Also bitte, ich kann es kaufen, ey. Sonst müssen wir nochmals zur Bank gehen. Ich habe kein Geld, ne? Ja, eben. Das müssen wir uns schreiben. Das klappt schon. So, also ich werde jetzt öfters Livestreamen. Bis ich den Bildschirm habe, noch nicht so viel. Aber dann eigentlich schon den ganzen Tag. Und wir fischen jetzt einfach mal kurz ein bisschen. Was? 190, das geht mir gar nicht. Es geht zu teuer. Äh, pff. Ja, und wie stelle ich jetzt das ein? Ich habe, pass auf. Du kaufst mir ein paar, äh, ein paar, äh, ein paar, äh, ne? Irgendwie so fünf Angelrouten. Und da gebe ich dir, weil ich habe nur eine Haken. Ich kann das nicht kaufen. Ich habe ein Menge, äh, ich muss auf den Einkaufswagen. Ich weiß nicht, habe ich mal eine Haken? Doch, Einkaufswagen muss ich. Okay, kaufen. Ah, guck mal, ich habe noch Angel. Ich habe jetzt eine Angel gekauft, mit dem tue ich viel Geld verdienen und dann gebe ich dir das Geld. Ja, warte, 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 warte. Nee. Du brauchst Angelhaken, ne? Ich habe einen Angelhaken und eine Angel, ja. Wie viele Angelhaken soll ich mir kaufen? Ich habe, ich habe auch welche, du brauchst du keine kaufen. Dann gib mir mal welche. Mann, das ist so nervig gemacht. Wieso kann man das nicht automatisch machen? Alles automatisch, das wäre das Beste. So, läuft es recht gut. Ich habe, ich habe 5,7 CPU-Auslastung. Kann ich nicht schreiben, oder was? Und jetzt, ähm, Atrade, was ist das? Atrade. Atrade. Also, gib mir mal rüber, bitte. Ach so, war Angel für mich? Ein Angel? Ich gebe dir meine Angel und kaufe dir eine neue. Eins. So. Und du gibst mir Angelhaken. Okay. Kriegt ihr noch ein paar mehr Angel? Ich habe jetzt nur eine Angel. Ich muss mir mehr kaufen, aber ich habe zu wenig Geld bei mir. Ja, hä? Ja, wie warst du denn jetzt? Ich habe jetzt noch 319. Ich kann noch eine Angel kaufen für mich. Und noch ein paar Angelhaken, aber ich kann mir jetzt echt nichts geben. Warte, hier, angel du schon mal weiter, ich hole kurz ein bisschen Geld. Okay. Ich hole mir vier Angelhaken. So, jetzt habe ich noch 129. So. Und wie angelt man jetzt? Einfach hinstellen und dann angeln, oder was? Ja, dann gehst du in den Tag, klickst auf die Angel und dann angelt er. Okay. Ich gehe mal ganz weit weg, also ins tiefe Wasser. Drago, soll ich den Laden überfallen? Ja, mach doch du das. Es ist ja dein Rollenspielcharakter. Ah, ich habe eine Angel. Ach, das ist aber krass. Aber die Angel ist aber ganz gross. Die ist mehr als vier Meter gross. Hi. Und wie bekomme ich jetzt Fische? Also jetzt momentan angelt er, aber er macht nichts. Muss ich jetzt machen. Ich denke, wo kann man denn Fisch verkaufen? Wo kann man Fische verkaufen? Das ist so langweilig gemacht, ey. Hä? Über dein Geld. Also ich habe mir gedacht, ich gehe dann später Sanität machen, damit ich anderen Spielen helfen kann, weil momentan... Wie kann man die ausbauen? Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich nicht für illegale Aktivitäten. Ich bin lieber der Netze. So, ähm... Ich möchte Sanitärer werden, wenn ich Autoprüfung habe. Weil ich habe die Autoprüfung verloren. Nach zwei Jahren verliert man die Autoprüfung. Ja. Gut. Äh, es passiert nichts. Was muss ich machen als Angler? Hä? Inventar. Ja, Inventar-Angel. Ich habe jetzt die Angel draussen, aber es passiert nichts. Einfach warten. Ja, wie lange denn? Man, ich will ein Video drehen. Ja, aber dann musst du dann ganze... Äh, so Leertaste drücken und dann, äh, kriegst du einen Fisch. Wo, wenn? Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Ich habe da so einen Balken, ist. Ich habe keinen Balken. Ich weiß nicht, wie man angelt. Ich bin ein schlechter Angler. So. Es passiert nichts. Habe ich zu wenig Tief? Oder bin ich am falschen Ort? Kann das auch sein? Ich gehe mal, ich gehe mal mit der Angel einfach mal zum richtigen Ort. Digga, wie kauft man denn hier so ein scheiß Angeln, Alter? Oh, Sack. Einfach auf dem Wagen, ob einer Eins eingeben bei Anzahl und dann auf den Einkaufswagen. Aha. Okay, hast du's? Okay, ich habe jetzt leider immer noch keinen Fisch an der Angel. Was muss ich denn machen? Gar nichts. So ein Ding. Ja, warten, oder was? Wieso ist es hier am Polizeiboot? Komm, wir klauen das. Ja, wahrscheinlich. Oder kann man den Wintergang gar nicht angeln, oder was? Ich weiß es nicht. Aber bei mir klappt nichts. Wo bist denn du? Komm mal auf den Steg. Hey, das ist Betrug. Oh, da bist du drunten. Okay. Komm mal zu mir, hey. Man kann gar nicht angeln. Oh, schau, da drüben ist ein Symbol. Vielleicht müssen wir zum Symbol. Nein, du kannst überall angeln, was. Ja, aber irgendwie muss man ja auch Angler werden, oder? Oder ist das so eine Freizeitbeschäftigung? Nein, man kann aber angeln und angeln. Fertig. Ja. Ich verstehe den Server nicht. Der von GenX ist vielmal besser. Wahrscheinlich, weil Winter ist. Oh Gott. Ich hasse das Winter. Wieso haben die Winter angestreit? Man kann sich nicht mal anständig fahren. Warte kurz. Ich gehe jetzt mal kurz hier auf das Teil. Wo bist du denn? Das muss irgendwie das Teil, bei diesem Teil, bei der Garage. Geht nicht, okay. Also, dieser komische Schopf, dieser... Auf der Strasse, ja, hier rechts. Ah, bei ihm, was kann man bei ihm machen? Keine Garage. Hm. Also. So. Was machen wir jetzt? Ich habe... Alle Jobs sind mit... Mit Fahrzeugen. Ah ja, Kurierdienst. Mit dem Fahrrad. Machen wir Kurierdienst. Mit dem Fahrrad Sachen abliefern. Pizzas und so. Ich weiss nicht, wo der Kurierdienst ist, aber ich schau mal nach. Das ist neu, oder? Das ist so etwas. Oder wir gehen auf den Schrottplatz. Da können wir sicher auch etwas machen. Nein, das ist auch wieder mit dem Fahrzeug. Ja, wie gesagt, ich habe drei Sterne, ne? Ich kann keine Jobs oder so machen. Ja, aber Kurierdienst ist auch kein Job. Ja, wir könnten einen Müllabfuhr machen. Aber... Wir können einen Müllabfuhr machen, aber... Einer muss fahren dürfen. Ne, ich glaube, wir... Wir fertigen... Ne, du musst gar nicht fahren dafür. Du nicht? Also ich nicht, aber du. Aber wo ist der Kurierdienst? Ich finde ihn nicht auf der Map. Lass uns mal einen Führerschein machen, Alter. Geh mal ein Sack. Ja, das muss ich dann machen. Ich bin ja einer, der überhaupt nicht fahren kann. Ich habe keine Autoprüfung, nichts. Und jetzt ingame das genau gleiche machen. Ne, ich habe keinen Bock. Trash-Tuning. Das ist gut. Ich bin ein Anerkärger, der fährt jeden Tag rum, Alter. Also ich habe die Autoprüfung gestern gemacht. War so unkonzentriert, weil dieser andere mich so vollgeplappert hat, dass ich einfach die Autoprüfung nicht geschafft habe. Was machst du? Veri-Chant, okay. Ein grünes Maat. Ja, der ist von der Gruß-Suite wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht gerade da. Ja, der müsste sogar... Ähm, ich finde den Kurierdienst nicht. Also der hat kein Symbol. Aber weisst du, wo die Pizzeria ist in Los Angeles? Pizzeria? Ich glaube, irgendwo beim Eclipse Tower oben ist eine Pizzeria. Ja, ich fahre mal zum Eclipse Tower. Und dann können wir dort in der Umgebung suchen. Oder ich glaube, relativ weiter unten, unterhalb vom Movie Studio. Also einer ist dort oben. Einer ist dort oben. Das ist, glaube ich, der... Ähm... Der... Ähm... Der Eisenslieferung. Mit dem Lastwagen. Und der andere ist, glaube ich, irgendwo weiter unten, beim Movie Studio. In der Nähe. Das ist, glaube ich, mit dem... Ähm, mit dem Fahrrad. Guck mal, ey, guck mal, ey, der Schnee ist immer echt, Alter. Der Schnee ist einfach nur hinderlich. Er ist nicht mal schön. Er ist nicht mal besonders etwas. Es ist einfach nur hinderlich. Achtung! Boi! Was sind die Blauen für ein Gang? Die Spasten-Gang ist das, Alter. Die Spasten fahren auf der falschen Spur... Äh, Strassenseite-Gang. Voll... Die helfe ich. Ich verarzt die niemals, wenn ich dann Arzt bin. Ist die Messer und Gabel bei dir? Äh, Gabelmesser? Ja, wie gesagt. Ist die voll? Ja, halb voll. Ja... Aber ich brauche bald wieder Essen. Ja, ich habe noch... Ich habe noch... Ja, ich habe noch drei Schokoriegel, oder? Ja, ich habe eben 20 Schokoriegel, also... Ja, wollen wir mal. Ah, ja, das war... Ja, aber die war... Verbraucht man nur so mega schnell. Wo gehst du eigentlich jetzt hier durch? Geh doch über... Weinwood Hills. Nee, ich versuche mich nicht. Du fährst einen grossen... Oh, Meg... ...durch die Pampa... Du wirst gern durch die Pampa fahren. Aha, utz, utz. Dann fahr mal auf der Strasse. Nicht rasen. Du Lappen. Na, jetzt hörst du auf Beatboxen, ne? Wenn du Lappen hörst, dann hörst du auf... Okay, ist gut. Ich weiß, dass du Hip-Hop bist. Ja, ich weiß es. Ich kann nicht Taxi fahren. Test doch mal. Nein, nicht testen. Ja, vielleicht steht er ja auch... Du brauchst erst einen Führerschein, oder so. Ich hasse Taxi-Job. Du hast ja immer asoziale Kunden. Und wo muss man hier? Da oben. Da oben an der Strasse. Da hin. Taxi-Fahrer. In San Andreas schnell an den richtigen Zielort zu gelangen kann. Oftmals schwer sein. Ja, du bist schwer. Taxi-Fahrer. Wie kann ich beitreten? Maximal-Level erreicht. Okay. Aber wie kann ich jetzt... Ah, hier. Wir vergeben keine Fahrzeuge an Personen ohne gültigen Führerschein. Oh, Junge. Also, wir gehen jetzt zum Kurier. Du kannst einfach jetzt keinen Job machen. Ja. Nein, Kurier kannst du machen. Aber ich weiß nicht, wo der Kurier ist. Geh mal. Geh mal zum... Geh einfach mal zum Movie-Studio an der Autobahn nördlich. Unterhalb vom Golf-Club. Ich tue jetzt einfach Fahrradfahren. Ich fahr mal kurz am PD vorbei, ja? Ja. Ähm, zeig mal Stinke-Fig. Okay. Nein, vor Ort am PD. Zu den Bullen. Dann mach ich doch. Du hast doch drei Sterne. Also, zeig dir den Stinke-Finger. Oh, da krieg ich vier Sterne. Ja, da bekommst du fünf Sterne. Also, einfach mal neben vorbei. Und... Ja, nein, mach's nicht, ey. Sonst bekomme ich auch noch Stress über... Ja, gut. Da ist schon ein Bulle. Nein, das ist kein Bulle. Das ist ein schwarz. Ein braunes. Was ist das für eine Farbe? Hugo Boss. Nein, bitte nicht. Hugo Boss. Ich glaube, den kenne ich noch. Ich glaube, die Bullen haben gerade Feierabend. Am frühen Morgen. Also, am Nachmittag. Hör jetzt auf. Das ist Rollenspiel. Kein asoziales Theater. Nein. Hallo, ihr Wichser. Aus. Aus, Ghost Thunder. Aus. Aus. Und ich höre Musik. Scheinbar. Sind erscheinbar das Einstellungen? Ja. Gut, das Radio aus ist bei... Sonst illegal. YouTube illegal. Hui. Ja, Ghost Thunder. Ich will kurier machen. Man, es ist so lehnen, wenn man nichts machen kann. Wir müssen das ändern. Ich brauche einen Beruf. Ich brauche einen Führerschein. Ja. Aber schau mal nach, wie man die löst. Ich will einfach Auto... Ich kann tausendmal besser fahren, als die meisten Autofahrer hier auf dem Server. Also, bitte. Ich soll einfach die Autoprüfung haben. Ist hier Kurierdienst? Oh, das ist ein Weihnachtsbaum. Uh. Ne, es ist... Ich kann nicht sagen, wo er ist. Also, ich schau mal kurz nach und vor. Sonst... Also, wir werden jetzt mal... Also, ich werde jetzt mal das Video beenden. Oder anders. Kann ich in den Wind bringen? Der ist AFK, der läuft in den Kreis. Der ist AFK. Mann, die Leute sind immer AFK oder... Das machst du gut. Lasst deine Energie raus. Aber bitte nicht fluchen. Nicht fluchen. Einfach deine Energie rausbringen. Wo gehst du jetzt wieder hin? Nach aussen? Ist gut. Mach jetzt diese Stimme wieder ab, ey. Boah, diese asozialen Gang hier. Hast du gesehen, wie asozial die... Ja, ist jetzt gut. Hallo. Ich bekomm's uns noch ab 18 über, ey. Hallihallo. Also. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.